Hallo zusammen, ich begrüße euch aus der Henning-von-Tresco-Grundschule, wo wir heute einen sehr besonderen Tag haben, einen Sportaktionstag, der dazu gedacht ist, wieder möglichst viele Kinder für den Sport zu begeistern, weil wir auch der Meinung sind, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Kinder in Bewegung zu sein und aufgrund der hohen Anmeldezahlen haben wir auch gesehen, wie hoch das Interesse doch auch an Bewegung ist. Also im Grunde genommen kann man sagen, weg von den Medien, hin in die Bewegung, hin zum Sport.